Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal zu vorn gleich und ja Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video So ja und heute gucken wir uns den Daily Shop an vom 14.04.2019 Ähm, wir haben heute neue Items drin, oder? Ja Einmal Birdie, wir hatten das, das gab es noch nie Ein grüner Skin kostet 1200 Vibas Hm Wie viel gibst du dem? Ich geb dem Birdie, äh Fünf von zehn Fünf von zehn Golfschläger? Machen wir Werkzeugeffekt Gibt's eigentlich schon Noten auf, ähm, FNBR? Bestimmt nicht, da gab's sogar nicht mal ein Bild Also ich Äh, ja Nee, tatsächlich Also Golfschläger, äh, von mir Mh, sechs von, sieben von zehn Ich finde den gar nicht mal so schlecht, den Driver Sieben von zehn? Mhm Ich geb dem Wo ist der denn? Der Driver war doch da gewesen Den konntest du nicht sehen Ich geb dem Fünf von den Vibas Fünf, sechs von zehn Okay Auch keine Rating Dann Sonnenvogel Ja, das sieht schon ganz cool aus Ja, das sieht schon ganz cool aus Ich krieg von mir sieben von zehn von mir sechs von zehn Ja, genau X-Tag Aber warte mal Du blendest die ganzen Dinge gar nicht mal ein Ich glaub, ich muss das irgendwie übernehmen Nein, ich hab gerade vergessen Ah ja Hast du heute davor, Sunbird hast du auch vergessen Hab ich das nicht reingemacht? Nein, hast du nicht Ich hab schon eben noch ausgewählt Hier immer vom Messner und hier vom Sunbird So, dann Ja Geben wir jetzt weiter Ein bisschen unorganisiert hier gerade mit dem Herrn sofort Muss ich echt sagen Ein bisschen unorganisiert, ja Ist ja auch Bitte nicht jetzt hier lauter Dislikes hageln lassen Nur weil der Kerl hat hier nicht auf die Reihe kriegt gerade, ja Okay X-Tag So, die X-Tag Ähm, find ich Ja, kriegt von Ich mach mal Werkzeugefekt da Drei von zehn Was? Nee, kriegt von mir sechs von zehn X-Tag Ne, glatt Da, aber was denn los mit dir? Ich bin zu spät in der Nacht Es tut mir leid Alter, Vater 2,67 von fünf Oh, mega schlecht Sonnenaufgang Sonnenaufgang Find ich Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht Das Ding kriegt von mir Sieben von zehn Genau Von mir acht von zehn Magma 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 Zehn Von zehn Das ist einfach Zehn von zehn Die krasseste Äh Der krasseste Waffenskin, den es überhaupt gibt Naja So, äh Was hat denn Magma 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 hat 4,13 von fünf Bei Äh Von fünf Bei 15 Votes War zum ersten Mal drin Was? Er ist am 29. März Da rausgekommen Und war seitdem Ja 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 Guti Dankeschön 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 Der Ich musste ja auch irgendwie was Gutes tun Hast du doch schon So also Dann haben wir den Fukuhila Fatzke Ich finde das Ding Grausam Ehrlich Und so sind die Leute tatsächlich in den 80ern rumgelaufen Ja Bei den Turnschuhen Je größer die Lasche desto cooler So also Okuhila Fatzke Kriegt von mir Äh 3 von 10 Von mir kriegt er 2 von 10 Und die Leute sagen 2,5 von 5 bei 20 groß Mollet Marauder Oh der Fackelwirbel ist geil Mit der Baunahme sieht das irgendwie komisch aus Trotzdem cool Der Fackelwirbel von mir 10 von 10 10 von 10? Ja Finde ich mega geil Finde ich mega geil Finde ich mega geil Für 800 V-Bucks der Fackelwirbel Mega geil Das Ding Boxenstopp Ja Und der Boxenstopp kriegt von mir 7 von 10 Ja genau Von mir auch 7 von 10 5 von 5 So der Uuuuua 6 von 10 Ich finde den nicht so toll 4 von 10 4 von 10 What the fuck Für 1200 V-Bucks der Coke Heli Dann haben wir die beschlagene Hacke Äh Kriegt von mir 5 6 von 10 Ich finde die Ja ist ok 7 von 10 sogar Ist ok das Ding 4,0 Started Existers Genau Und da haben wir den Schattenboxer Hast du sogar geholt Ja Jetzt lassen wir die Banane hier Komm Banane Banane Komm Yeah man Banane Banane Ich hab den Schattenboxer nicht Nein 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 Ich hab den Schattenboxer nicht Nein 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 Doch hab ich auch echt krass Ich hab nicht dran gedacht Sind 10 Golfschläger voll geil oder was? Die soll ich voll geil 10 vor 10 gebe ich den Schattenboxer Den Schattenboxer der kriegt von mir auf jeden Fall auch 9 von 10 Mega cooler Ding Ja wenn es euch heute gefallen hat dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da Schreibt was in die Kommentare Abonniere den Kanal Hat das mit Beton Geld console Cut Also ich würde ihn jetzt nicht unbedingt haben wollen Also ok er ist ok Aber er ist jetzt Er sieht ganz cool aus Aber es gibt Picken die finde ich einfach geiler Fertig Ok Und Ciao